Oh mein Gott, meine Mama hat die Schildkröten gefunden. Oh mein Gott, die ist ja so mini. Aber da hinten ist eine große, genau. Wo? Uh! Welchen soll ich mit nach Hause nehmen? Nummer 1 oder Nummer 2? Kuckuck! Hier ist ein Wunschbrunnen und das werde ich jetzt machen. Ich wünsche mir, dass meine Kamera wieder repariert wird. Bitte, wenn das nicht funktioniert hat, ne? Wie wunderschön sieht das bitte aus? Hallo? Ey, das sieht so schön aus. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wie süß. Wie süß. Oh, das ist Kacke, oder? Wie süß seid ihr denn? Oh wow. Nein, hat er sich gerade hingelegt. Wie süß. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist wunderschön. Hier kann man jetzt was trinken und auch was essen und das machen wir jetzt erstmal. Ich hole mir, glaube ich, ein Eis und einen Zitroneneistee. Und danach gehe ich schaukeln. Spaß, aber ich wäre so gern wieder ein Kind. Meine Meinung hat sich geändert und ich hole mein Powerade. Und das ist bei the way the house. Und das ist bei the way the house. Und das ist bei the way the house. Vielen Dank.